Die Wahrheit macht sie frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8,32 Heutzutage machen sich viele Menschen nicht einmal mehr demirational darüber nachzudenken, was sie eigentlich glauben, und bauen ihr ganzes Leben auf Überzeugungen auf, die einfach nicht wahr sind. Alles, was die Medien, irgendein berühmter Mensch oder die Freunde sagen, wird plötzlich zur Wahrheit. Wenn sie glauben, was andere sagen, anstatt selbst in Gottes Wort nachzuforschen, schränken sie sich ein und behindern sich darin, das zu tun, wozu Gott sie geschaffen hat. Aber wenn sie sich für die Wahrheit einsetzen, sie annehmen und ihr Leben darauf aufbauen, wird ihnen alles gelingen. Um an Gottes Wahrheit festhalten zu können, muss die Kommunikation mit ihm einen festen Platz in ihrem Tagesablauf einnehmen. Ich kann ihnen gar nicht deutlich genug sagen, wie wichtig es ist, durch Gebet, Bibelese, Anbetung oder einfach das Bewusstsein seiner täglichen Gegenwart und Leitung, häufig mit ihm zu reden. Wenn sie Gott kennen, kennen sie auch die Wahrheit. Und in seiner Wahrheit zu leben, bringt Frieden, Freiheit und Freude in ihr Leben. Gebet, Gott, ich will mich nicht durch meine eigenen Gedanken und Überzeugungen einschränken lassen. Du bist die einzige Quelle der Wahrheit. Zeig mir die Wahrheit und führe mich in die Wahrheit, wenn ich Zeit mit dir verbringe und mit dir rede. Ich vertraue auf deinen Plan für mein Leben. Jetzt werde ich dich überprüfen.